Erzähl mal einfach, worum es ging und was der Hintergrund war und wie es gelaufen ist. Ja, wir hatten soeben im Rat die Anfrage zum Thema Lärmschutz in Wersten. Es ging hier zunächst um das Thema A46. Da ist ja das Land für zuständig. Da soll es jetzt einen entsprechenden Flüsterasphalt geben, was wir sehr begrüßen. Dennoch sind wir auch der Auffassung, die Stadt Düsseldorf darf sich hier nicht aus der Verantwortung stehlen. Denn die Werstener Straße, die ja daneben verläuft, ist ebenfalls extrem laut. Und wir fordern hier eine entsprechende Planung, die zumindest umfasst, dass die Geschwindigkeit dort von 80 kmh auf 60 reduziert wird, was schon eine deutliche Minderung des Lärms dann zur Folge hätte.